Dabei schreit man immer ganz lauthals, so etwas wie 1933 darf nie wieder passieren. Es findet eine moderne Inquisition statt. Nur weil Linke sich Nazimethoden bedienen, sind es keine Nazimethoden. Abgesehen davon, eine Diktatur ist immer schrecklich, egal ob sie von links oder rechts ist. Sie bleibt dennoch eine Diktatur. Man soll keine Vergleiche ziehen, aber benutzt das Wort Nazi inflationär gegen Andersdenkende. Und diejenigen, die meinen, wenn sie sich spritzen lassen, bekommen sie ihre Freiheit zurück. Da werdet ihr euch ganz schön täuschen. Diese Freiheit gilt nur begrenzte Zeit und muss sich immer wieder aufs Neue geholt werden. In Wirklichkeit werdet ihr in Sklaverei gebracht. Denn das Individuum wurde abgeschafft und an ihre Stelle ist die Solidargemeinschaft gerückt. Solidarität bedeutet nichts anderes wie Kollektivismus. Es wird dir ein schlechtes Gewissen gemacht, du seist verantwortungslos und unsuesslich.